Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Hier vor mir liegt ein iPhone 7. Das schwächelt etwas beim Akku und darum wollen wir uns heute kümmern. Ich zeige euch noch mal, wo man schauen kann, wie jetzt hier die Akkuanzeige ist. Geht dafür einfach in die Einstellungen oder macht einen Force-Touch. Auf die Einstellungen geht dann hier auf Batterie und dann schauen wir uns mal den Batteriezustand an. Der liegt hier aktuell noch bei 82 Prozent. Ist eigentlich noch in Ordnung, aber meine Freundin sagt, das Ding hier geht zu schnelle Lärm. Also ja, das ist das Handy von meiner Freundin und da werden wir heute mal den Akku austauschen. Ich habe hier schon alles liegen, zeige euch gleich, was man dazu braucht. Aber ganz wichtig, bevor ihr sowas macht, schaut, dass der Akku wenig Ladung hat. Ich habe jetzt hier nur noch 11 Prozent drin. Das ist einfach sicherer beim Ausbau, dass da nicht so viel passieren kann, selbst wenn man mal irgendwie punktieren würde, was man auf keinen Fall tun sollte. Aber ja, im Falle der Fälle mit 11 Prozent steckt da wesentlich weniger Potenzial für Flammen drin, als wenn der zu 100 Prozent voll wäre. So, dann schalten wir natürlich das Gerät einmal komplett aus. Das mache ich schon mal und lege es für einen Moment zur Seite und zeige euch, was man alles braucht dafür. Und das wäre natürlich zum einen einen Ersatzakku. Ich habe jetzt mal hier einen von Yontex. Der hat hier groß draufstehen, 1960 mAh. Das ist die Originalkapazität. Und Brand New, 0 Cycles. Also der wurde noch nie geladen. Soll zumindest so sein. Hinten noch ein paar Informationen drauf. Also den brauchen wir auf jeden Fall. Dann war hier beim Akku übrigens alles, was ich euch hier zeige, das verlinke ich euch auch zum Kaufen in der Videobeschreibung. Da müsst ihr die Teile nicht großartig suchen. Und mit dabei waren auch hier die Klebestreifen. Die kommen später unter den Akku drunter, damit er auch fest im Gehäuse sitzt. Und das sind diese Magic Pull Tabs. Die kann man dann auch bei einem erneuten Wechsel leicht wieder herausziehen. Also das haben wir Akku, Klebestreifen. Dann das iPhone 7 ist ja das erste iPhone gewesen mit einer IP-Zertifizierung. Das heißt, es ist wasserdicht bis zu einem gewissen Grad. Und das wird dadurch erreicht, dass wir hier zwischen Display und Rahmen, also unter anderem eine Klebeschicht haben, die das ganze wasserdicht versiegelt. Und wenn wir das Ding hier nachher aufmachen, dann ist die natürlich hin. Heißt, wir müssen eine neue Klebeschicht aufbringen. Und das ist dieses Teil, beziehungsweise der dunkle Rand, den ihr hier seht, das schwarze. Das ist die eigentliche Klebeschicht, die alles wieder wasserdicht machen soll. Hundertprozentig drauf verlassen würde ich mich nicht, aber man sollte dennoch was Neues anbringen. Es ist nämlich ein guter Schutz für den Fall der Fälle. Auch das hier gibt es separat zu kaufen. Kostet nicht viel, gibt es im Zweierpack. Das waren also die notwendigen Ersatzteile. Dann benutze ich immer noch gerne hier so eine magnetische Matte, wo man dann die kleinen Schrauben später drauf legen kann, so dass die nicht so schnell verschwinden. Dann brauchen wir noch ein paar Schraubenzieher oder Schraubendreher. Und zwar einmal brauchen wir, lass mich kurz schauen, genau da ist er, einen kleinen Pentalob-Schraubendreher für die Schrauben hier unten am iPhone. Dann brauchen wir noch einen ganz normalen kleinen, ist er das? Ne, das ist er nicht. Einen kleinen Kreuz-Schlitz-Schraubendreher. Und dann brauchen wir noch was Besonderes. Und zwar solch einen Tri-Point-Schraubendreher. Denn beim iPhone 7 hat Apple mal wieder eine super Idee gehabt und gedacht, ja kommen wir hier Kreuz-Schlitz, Pentalob, scheißt der Hund drauf, wir machen noch eine dritte neue Schraubenart rein. Und das ist, ihr seht schon ganz ganz klein, so eine Tri-Point-Schraube. Also die ist so, hat drei Aussparungen. Hier kann man etwas sehen. Y00040, also die drei Schraubendreher braucht man. Tri-Point, Pentalob, Kreuz-Schlitz und dann hat man die Schraubendreher schon mal alle zusammen. Dann empfiehlt sich immer noch hier so ein kleines Plastikwerkzeug, so eine kleine, ja wie so ein Plektrum, um später das Display anzuheben. Und natürlich noch einen Saugnapf. Und ja, so eine kleine Pinzette, die schadet eigentlich nie, wenn man die auch noch mal dabei hat. Junge, Junge, eine ganze Menge. Und zu guter Letzt verwende ich heute zum ersten Mal so ein Pad. Das ist ein warm-kalt-Pad. Das werde ich später erhitzen und also in der Mikrowelle erwärmen, nicht richtig erhitzen und so aufs iPhone drauflegen, damit eben der besagte Kleber, den ich euch eben ja hier schon gezeigt habe, am Display etwas weicher wird, sodass man hier später hoffentlich gut dazwischen kommt. Also Leute, das sind alle Teile, die wir brauchen. Ich glaube, ich habe nichts vergessen. Und dann legen wir auch direkt mal los. Und als allererstes, wie immer, das ist wie eh und je, lösen wir die beiden Pentalob-Schrauben hier unten auf der Unterseite. Und ein Hinweis, ja wie immer, passt gut auf die Schräubchen auf, denn schaut her, das sind kleine kleine winzige Biester. Und wenn euch die mal runterfallen, dann viel Spaß beim Suchen. Und eine Sache noch, das fand ich noch ganz skurril. Hier bei meinem Akkuset, das ist, Moment, ein ganzes Päckchen mit kleinen Ersatzschrauben, war hier bei dem Yontex Akku mit dabei. Interessant. Also die Schrauben sind gelöst. Ihr seht, die Löcher sind frei. Und jetzt geht es darum, das Display anzuheben. Das machen wir nachher, indem wir so einen Saugnapf drüber stecken. Aber zuerst werde ich hier dieses Warm-Kaltpad einmal erwärmen. Und dann legen wir das hier auf das iPhone drauf. So, ich habe es warm gemacht, 30 Sekunden in der Mikrowelle. Und da legen wir jetzt einfach mal, wir wollen ja hier unten rein, ja, das hier drauf. Und ich lege es einfach mal komplett über das komplette iPhone drüber, damit hier die Wärme schön verteilt wird. Und dann warten wir mal kurz ab, damit das auch, ja, ein bisschen durchzieht. Ihr könnt das natürlich auch mit einem Föhn machen. Dann geht ihr mit einem ganz normalen Föhn ein bisschen hier so am Rand die ganze Zeit vorbei, bis ihr merkt, ja, das ist ordentlich warm. Nicht so heiß, dass man es nicht mehr anfassen kann, aber es soll schon gut warm sein, damit eben der Klebstoff weicher wird und wir ihn gleich besser durchtrennen können. Das werde ich hier mit dem Plektrum tun, hoffentlich. Und mit dem Saugnapf. Mit dem Saugnapf werde ich gleich ein bisschen das Display anheben und dann in den kleinen Schlitz, der sich dort bildet, dann das Plektrum einschieben. So lautet der Plan. Hoffen wir mal, es funktioniert. Kleiner Tipp, vergesst das mit den Gelkissen. Nehmt den Föhn. Das habe ich nämlich jetzt auch getan. Ordentlich hier mal das Ganze erwärmt, dann mit dem Saugnapf hier ein bisschen gezogen und dann habe ich dort einen kleinen Spalt bekommen, wo ich dann hier mein Plektrum einschieben konnte. Und mit diesem Spalt können wir jetzt weiterarbeiten und uns einmal hier um die ganzen Kanten herumarbeiten und durch den, hoppla, das sollte nicht passieren. Den mache ich gleich wieder aus. Dann durch den ganzen Kleber hier durchschneiden. Dann immer noch so ein bisschen mal nach oben hebeln, vorsichtig. So, da könnt ihr das sehen. Und dann löst sich das hier relativ einfach ab. Das Schwierigste ist tatsächlich den Anfang zu finden. So, einmal um die Seite rum. Jetzt heißt es auch noch um die andere Seite rum. Und dort muss man aufpassen, denn auf der rechten Seite von vorne gesehen, dort sind die Flexkabel angebracht. Denn so rum klappen wir später auch das Gerät quasi wie ein Buch einmal auf. Von daher geht nicht zu tief in das Gerät rein mit dem Plektrum. Ich schalte es jetzt noch mal flott aus, denn das sollte gar nicht angehen. Einmal ausschalten. Also nicht zu tief das Ding hier komplett reinstecken, sonst könntet ihr hier eventuell etwas beschädigen. Vorsichtig weiter hier rum. So, und das meiste ist geschafft. Ihr seht, wir haben einen schönen Spalt hier bekommen. Jetzt ist das schon wieder angegangen. Ich komme immer auf den Knopf. Egal. Also erhitzt so oft wie notwendig dann hier die Kanten, damit ihr wirklich mit dem Klebstoff so weich arbeiten könnt, dass das Ganze funktioniert. Und wenn ihr dann merkt, ja ihr habt jetzt hier das Ganze so weit geschafft, dann können wir mal vorsichtig das Ganze jetzt aufklappen. Und zwar wie ein Buch zur rechten Seite. Und hier sieht man noch mal schön, ja hier den Kleber, der hier am Rand einmal entlang geht. Das war unser Gegner, der sich hier so rigoros gewährt hat. Den Saugknopf. Den können wir nun entfernen und einmal vorsichtig das Ganze aufklappen. Aber noch nicht komplett öffnen. Denn ihr seht, hier haben wir noch ein Flexkabel, was dran ist. Hier ist noch ein Kabel dran. Von daher noch nicht komplett aufklappen. Einfach mal so halten oder irgendwas dagegen stützen. Denn jetzt geht es weiter. Und zwar mit den vier Schrauben hier. Einmal dieser, dieser, dieser und dieser. Und das sind die besagten Tripoint Schrauben. Ja, von denen ich euch eben schon erzählt habe. Da brauche ich hier den passenden Schraubendreher dann dafür. Das ist der besondere Tripoint Schraubendreher. Und hier müsst ihr auch darauf achten, wenn ihr die rausdreht. Die haben unterschiedliche Längen. Die einen sind 1,2 mm lang. Die anderen 2,4. Legt die dann auf euer Sortierbrettchen, auf euer Magnetpad oder wo auch immer ihr eure Schrauben organisiert. Damit ihr später auch wisst, wo hier welche Schraube wieder reinkommt. Also, alles mal losschrauben bitte. Wenn wir das geschafft haben, alle Schrauben hier zu lösen und rauszuholen, dann nehmen wir hier unsere kleine Pinzette und heben diese Plastikabdeckung, ne, diese Metallabdeckung natürlich, heben die mal vorsichtig dann nach oben und legen die zu den Schrauben einmal zur Seite. Hier sehen wir jetzt zwei wichtige Anschlüsse. Das ist einmal hier der Anschluss des Akkus an das Logicboard und ein Anschluss, der hier zum Display geht. Und diese beiden lösen wir jetzt vorsichtig mit unserem Plastiktool, indem wir dort drunter gehen und das vorsichtig einfach nur hochhebeln. So, das war schon mal der Akku. Der ist lose und dann nochmal hier die Verbindung zum Display oder vom Display zum Logicboard. Auch die vorsichtig einmal anheben und dann ist auch das gelöst und somit fließt jetzt hier auch garantiert kein Strom mehr. Das Display hängt hier noch am zweiten Flachbandkabel dran, auf dieser Seite und damit wir auch diese Verbindung lösen können, müssen wir hier die beiden, was sind das denn? Ja, Kreuzschlitzschrauben lösen, die hier diese Abdeckung noch festhalten, diese Metallen, ne. Also schrauben wir die auch noch weg. Sehr schön, die Schräubchen sind raus und dann können wir hier die Abdeckung runternehmen und auch das wieder hier mit unserem kleinen Pinzettchen einmal wegziehen. Und schon haben wir das, wo wir ran müssen, ich lege es nochmal hier eben zur Seite, haben wir das, wo wir ran müssen, freigelegt. Und zwar ist das diese kleine Steckverbindung hier, denn dort ist noch die zweite Verbindung vom Display ans Logicboard und dann lösen wir die jetzt auch nochmal ab. So, geschafft. Das habe ich hier mit so einem kleinen Spudger gemacht, also so einem kleinen Plastikding auch. Und einfach nur, man muss eben drunter kommen und dann ganz vorsichtig hochhebeln. Das ist die Kunst bei der Geschichte, dass man den richtigen Ansatzpunkt findet. Und jetzt können wir das Display komplett entfernen. Das klebt hier noch ein bisschen, aber wir haben, ah ne, Moment, ach Gott, was sage ich denn? Nicht entfernen, wir haben hier noch eine weitere Steckverbindung. Die hätte ich vorhin schon fast vergessen. Meine Güte, Freunde, schaut das hier ja bis zum Ende durch. Mein erster Akkuaustausch am iPhone 7er, wir kriegen das schon hin. Ich habe ja schon an anderen viel rumgemacht. Also hier haben wir noch ein Steckerchen. Das muss auch noch gelöst werden. Also eben mal abhebeln. Und jetzt können wir das Display komplett entfernen. Da haben wir die Displayeinheit. Dort seht ihr einmal den oberen Stecker mit dieser interessanten Windung hier dran. Und dann hier die unteren beiden Steckerchen. Wunderbar. Das können wir im Prinzip jetzt erstmal zur Seite legen. Was wir nachher noch machen müssen, ist hier die Klebereste entfernen. Hier seht ihr schon, hier ist noch ein bisschen was dran gewesen. Und das meiste ist bei mir, glaube ich, ja noch im Rahmen geblieben. Hier kann man schön mal rumschauen, ob hier von dem Kleber noch irgendwas am Rand ist. Wenn ja, dann müssen wir das entfernen. Aber das sieht hier alles gut aus. Hier oben ist noch ein bisschen was kleben geblieben. Okay, soweit ist das clean. Und dann können wir das Display einfach mal zur Seite legen für den späteren Wiedereinbau. Und so sieht jetzt unser iPhone 7 aus, wenn es denn komplett gestrippt ist. Ja, interessant, oder? Ich finde, man sieht schon, dass hier ziemlich kompakt gebaut wurde. Wir haben hier unseren Akku, das Logic Board, hier die Anschlüsse. Hier unten der eine Lautsprecher. Der zweite Lautsprecher ist im Display drin. Dann hier unten der Lightning Anschluss. Das ist die Einheit. Dann haben wir hier diesen komischen barometrischen Drucksensor, der ja hier unten drin stecken soll. Der dann irgendwie, ja keine Ahnung, ob da wirklich was sinnvolles ist. Den müssen wir noch ausbauen. Hier haben wir noch die Taptic Engine, also den speziellen Vibrationsmotor von Apple. Und natürlich dann hier oben noch die Hauptkamera. So, also wir haben es relativ schön freigelegt. Aber ich habe hier noch die ganzen Klebereste drin. Um die kümmere ich mich jetzt noch. Und wenn das Ergebnis am Rand dann so aussieht, dann ist alles weg. Und dann können wir auch weitermachen, indem wir hier unten diese barometrische Entlüftung entfernen. Also das Plastikding hier unten. Und da sind zwei Schrauben dran. Und zwar zwei kleine Kreuzschlitzschrauben. Also schnappen wir uns den Schraubendreher und drehen die mal flott wieder raus. Die haben sogar die gleiche Länge, Freunde. Und ihr stellt euch vor, merkt euch trotzdem am besten, wo sie waren, damit es dort keine Verwirrungen gibt. Und hier immer alles schön zur Seite legen. Ihr seht, bei mir sieht das so aus. So organisiere ich das alles, damit ich später auch weiß, wo welche Schraube wieder hingehört. Das ist echt das A und O. Wenn ihr da mal durcheinander reinbekommt und ihr wisst nicht mehr, was wohin passt und ihr dreht die falsche Schraube ins falsche Loch, dann habt ihr schnell mal was kaputt gemacht, im allerschlimmsten Fall. Und das will man ja jetzt echt nicht riskieren, besonders wenn man etwas reparieren will. So, die Schräubchen sind raus und dann heben wir mal hier diese Einheit, die soll ganz leicht rausgehen, einfach mal an. Na, ich nehme mal den anderen kleinen, die andere Pinzette. Gehe da mal drunter. Ja, und dann kann man diesen kleinen, die barometrische Entlüftung, also das ist ja echt nur, ich habe das noch nie richtig gesehen, das ist ja echt nur so ein kleines pupiges Plastikteil. Warum auch immer Apple das hier reingebaut hat, da hätten sie doch immer noch so einen 3,5 mm Klinkenanschluss. Egal, das ist ein altes Thema, wir legen das Ding mal zur Seite. Auf jeden Fall haben wir nun etwas freigelegt, wo wir dran weiter arbeiten können oder müssen. Das hier ist ja die Taptic Engine, also der Vibrationsmotor und darunter oder direkt unten drunter sehen wir hier den Anschluss, wo der an das Logicboard angeschlossen ist. Und das Ding müssen wir jetzt auch mal lösen. Geht genauso wie bei all den anderen Anschlüssen. Drunter gehen, hochhebeln und dann ist hier die Verbindung auch schon direkt getrennt. Denkt dran, immer schön mit Gefühl, diese kleinen Flachbandkäbelchen, ja die sind sehr, sehr fragil. Und jetzt können wir die Taptic Engine komplett ausbauen. Dazu müssen wir 1, 2 und 3 kleine Kreuzschlitzschrauben lösen und dann können wir das ganze Teil, die ganze Einheit auch schon herausnehmen. Und auch die Schrauben hier sind gleich lang. Wow, also kein Problem, wenn man bei den drei hier durcheinander kommt, ja da kann man in jedes Löchlein reindrehen. Die Schrauben sind gelöst, jetzt sollten wir hier die Taptic Engine auch ganz einfach herausheben können, denn da gibt es keine weitere Verbindung. Und da haben wir die Einheit, schön, ich habe noch nie eine im ausgebauten Zustand in den Pfoten gehabt. Da haben wir sie, die kleine Taptic, was heißt klein, so klein ist sie eigentlich gar nicht, aber auf jeden Fall die Taptic Engine, die diese tollen Vibrationen, hier ist ja so ein kleiner Aktuator, der so hin und her geht, statt so eine Schwungbewegung zu haben, wie bei den klassischen Vibrationsmotoren, geht der hier immer nach rechts und links ruckartig. Und dadurch kann man sehr viel präziser das Ganze steuern. Was haben wir denn da noch stehen? Einen kleinen QR-Code, Steckerchen, ja und ein kleines Apple-Logo, wie süß. Also sehr schön, auch den lege ich mal zur Seite, denn später müssen wir den ja wieder einbauen. Ja und jetzt kommen wir zur Königsdisziplin. Ich hoffe, das funktioniert diesmal. Hier könnt ihr sehen, dass wir zwei Klebestreifen haben. Das sind ja hier die Klebestreifen, die wir auch später wieder einbauen. Die liegen hier quasi so unten drunter und nur diese Nippelchen hier und hier, das sind die Teile, die wir jetzt hier noch sehen können. Schwarz auf schwarz sieht man es nicht so gut, aber ich glaube, man kann es erkennen. Und die müssen wir jetzt hier mit einer Pinzette, die ja flach ist, erstmal hier ein bisschen lospiedeln, damit wir dort später dran ziehen können und hoffentlich die ganzen Tabs sauber rausbekommen. So sieht es dann aus, wenn die gelöst sind. Und jetzt können wir hier mal anfangen zu ziehen und vor allem Daumen drücken, Freunde, dass hier alles richtig so mit runterkommt, wie das sein soll. Also ihr greift euch das und dann fangt ihr an zu ziehen. Nicht nach oben, sondern flach nach hinten weg und immer schön konstant weiterziehen. Ruhig mal nachgreifen. Und solange es dieses schöne Geräusch hier macht, klappt alles wunderbar. Ja, das sieht gut aus und wundert euch nicht, das Ding ist richtig lang. Und jawohl, der erste Klebestreifen ist draußen. Wahnsinn, das hat mal funktioniert. Ich bin ja hin und weg, soll aber noch nicht zu sehr freuen. Eins kommt ja noch, aber ich bin guter Dinge. Auch den zweiten schnappen wir uns und ziehen langsam nach hinten weg. Geil, auch das hat funktioniert. Schaut euch mal in der Playlist mit meinen Reparaturvideos an, wie oft das so gut geklappt hat. Ich glaube, noch gar nicht. Entweder habe ich gar keinen rausbekommen oder nur einen. Und jetzt können wir den Akku einfach rauskippen. Wunderbar, da ist er. Unser alter Akku, der jetzt hier weg kann. Der neue kommt rein und dafür müssen wir aber zuerst mal die Klebestreifen anbringen, Freunde. Denn jetzt geht es an den Zusammenbau. Schaut mal übrigens hier, das hier ist das Apple-Zeichen, das man hier so schön poliert sieht. Das ist tatsächlich ein komplett eingesetztes Teil und nicht poliert, sondern ein eigenes Teilchen. So, aber das nur am Rande. Hier könnte man das schön jetzt auch beleuchten, wenn wir so ein Teilchen hätten und einbauen wollten. Also, wir nehmen jetzt hier unsere Klebestreifen zur Hand und die werden wir jetzt einmal aufbringen. Dazu müssen wir einmal eine Seite abziehen und dann legen wir die so passend rein, dass auch später nochmal hier dieser Überstand ist, damit man bei einem erneuten Akkuwechsel auch das Teil nochmal herausbekommt. Hoffentlich so schön, wie das jetzt hier eben bei uns schon funktioniert hat. So, ein bisschen festdrücken. Wunderbar, dann ziehen wir das jetzt ab und die Klebestreifen, die sollten hier drin bleiben. Wunderschön und dann legen wir unseren neuen Akku einmal ein. Schaut, dass der hier ordentlich anliegt, damit das auch passt. Denn einmal angedrückt, heißt fest ist das Ding. Das sieht gut aus. Ein bisschen drücken und dann schrauben wir den neuen Akku auch schon drinnen. So, improvisiert. Wird ja später keiner sehen. Ihr verratet mich nicht. Fusch am Bau, aber das hier ist nicht weiter schlimm. Ich will einfach nur, dass man im Falle des Falles hier nochmal leicht rankommt. Also, kein Problem. Dann nehmen wir nochmal unsere Taptic Engine, setzen sie hier auf ihren Platz und dann schrauben wir sie flott mal fest. Und wenn das geschafft ist, dann machen wir die Steckverbindung der Taptic Engine hier auch wieder drauf. Das sollte eigentlich recht problemlos funktionieren. Sitzt hier alles noch wie vorhin. Einfach nur hier leicht richtig positionieren und ganz leicht drauf drücken. Und dann sitzt sie wieder. Also, ich zeige es euch nochmal im Nahen, damit ihr seht, so soll es aussehen. Der Stecker, der muss hier wieder ordentlich drauf sitzen. Wunderbar. Also, weiter geht es mit dem wichtigen, ja barometrischen Messdingsbums. Also, das Plastikding. Auch das legen wir nochmal hier unten rein und schrauben es fest. So, sehr schön. Dann machen wir weiter mit dem Kleberand. Jetzt wird es nochmal etwas spannend, denn jetzt muss ja hier unsere neue Klebeabdeckung mit drauf gebracht werden. Und das machen wir folgendermaßen. Das hier, dieser Ausschnitt hier, das ist der Kameraausschnitt. Das kommt also oben rechts hin und dann haben wir hier diese längliche Lochform, die kommt nach unten und so muss das Ganze aufgebracht werden. Dafür müssen wir erstmal die Trägerfolie entfernen und wir haben hier nur eine Chance, die richtig aufzubringen. Von daher heißt es hier, sorgfältig arbeiten und ganz, ganz präzise das hier positionieren. Okay, das sieht ganz gut aus. Jetzt gehe ich hier mit dem Plastiktool nochmal ein bisschen um die Ecken rum und drücke den Kleber dort ein, wo er auch hin soll, damit er auch ordentlich und fest sitzt und sich da auch gut in die ganzen Ecken rein klebt, reinschmiegt sozusagen. Denkt dran, auch wenn ihr hier neuen Kleber anbringt, eine hundertprozentige Wasserdichtigkeitsgarantie gibt es hier nicht mehr. Ja, nur noch besser etwas Schutz als gar kein Schutz. Das ist hier die Devise. So, wenn wir das geschafft haben, drücke ich nochmal hier die etwas breiteren Teile kräftig an, damit hier auch alles klappt und dann können wir die restliche Schicht ablösen. Und sehen dann hoffentlich, dass alles an Ort und Stelle bleibt, so wie das sein soll. So, das sieht doch gut aus. Jawohl. Also, jetzt kann man es hier nochmal schön sehen. Passt alles soweit. Und wie viele Schichten sind denn hier übergebracht? So, dann löse ich mal noch hier die letzte ab. Ja, da ist es noch nicht hundertprozentig fest. Da drücke ich lieber nochmal an. Aber das sieht gut aus. Doch, da bin ich ganz froh drum, dass das hier eigentlich ganz gut ausschaut und einen ordentlichen Eindruck macht. So, wo setze ich denn jetzt hier an? Hier am Rand. Und dann ziehen wir nochmal die letzte blaue Folie ab. Vorsichtig. Und achten darauf, dass alles andere an Ort und Stelle bleibt. Und das tut es soweit. Ja, sieht gut aus, sieht gut aus. Weiter abziehen. Ja. Wunderbar. Sehr schön. Ja, so gefällt mir das. So, hier könnt ihr das nochmal sehen. Hier ist die Klebeschicht jetzt nochmal schön angebracht worden. Und ja, damit wären wir bereit, um unser Display wieder anzubauen. All das machen wir jetzt in umgekehrter Reihenfolge, wie wir es vorhin gemacht haben. Aber ich habe vorhin, bevor ich hier die Klebeschicht angebracht habe, nochmal den Akku angesteckt, damit ich hier eine glatte Oberfläche hatte. Den stöpsel ich eben nochmal flott aus. Zur Sicherheit, bevor ich hier das Display einbaue. Und dann schnappen wir uns unser Display und stecken alles wieder so zusammen, wie sich das gehört hat. Und zwar fange ich hier oben mit diesem Spiralsteckerchen an. Der ist nämlich, glaube ich, hier am frickeligsten. Ah, bevor wir hier weitermachen, schaut euch nochmal, na, fokussieren. Schaut euch nochmal hier die Dichtungen an, die hier über den Schraublöchern drüber sind. Man kann es hier schlecht sehen, ob die nicht irgendwie verschoben sind. Und wenn ja, dann schiebt ihr einfach nochmal ein bisschen zurecht, denn auch die helfen bei der Wasserdichtigkeit. So, aber das nur ganz am Rande. Jetzt stecke ich hier alles wieder zusammen. Stecker 1 ist drauf. Dann machen wir hier Stecker 2. Das war der, den ich fast vergessen hatte. Auch den nochmal draufsetzen. Leicht andrücken. Immer hier vorsichtig arbeiten, damit hier nichts beschädigt wird. So, alle sind drauf. Achtet noch darauf, dass ihr den Rand nicht schließt oder noch nicht zuklappt, denn da ist ja die Klebeschicht rum. Denn ich klemme jetzt hier erstmal noch die Batterie, also den Akku nochmal an, damit wir kurz testen können, ob auch alles funktioniert. Und da sehen wir es. Der Akku ist drin. Der Akku funktioniert. Display funktioniert. Wunderbar, also können wir jetzt komplett alles hier schließen. Aber vorher nochmal aufklappen, denn wir müssen ja noch die Abdeckungen wieder drüber packen. Und ich beginne mal mit der großen Abdeckung, die hier drüber kommt über die ganzen Anschlüsse, inklusive Akkuanschluss. Und ja, warum war denn das? Das war einmal so hier drüber gewesen. Also, das legen wir einfach nochmal drauf und schrauben es dann mit den richtigen Schrauben nochmal an. Ihr wisst, wir haben uns ja gemerkt, welche Schraube wohin kommt. Sehr schön, Abdeckung 1 ist dran. Ihr erinnert euch, das war die mit den Tripoint-Schrauben. Und jetzt kommt hier noch die zweite Abdeckung, die oben drüber geht, über die ganzen Kabelchen oder das eine Kabel hier vom Display. Und zusätzlich liegt da noch das Flachbandkabel und Steckerchen von der Kamera drunter. Also auch das legen wir einfach nochmal hier drüber. So, wie war es in Position? So war es in Position. Und dann schrauben wir auch das noch fest. Sehr schön, auch die Abdeckung ist drüber. Und dann klappen wir das Ganze jetzt zu. Und achten dabei aber noch, bevor wir es komplett andrücken. Ihr seht, wir haben hier am oberen Bereich noch diese Laschen. Einmal hier die Breite und die kleineren. dass wir die zuerst nochmal unter das Display schieben, also unter den Displayrahmen. Und dann erst hier ordentlich so gegendrücken, dass wir dort keinen Spalt mehr haben. Und alles andere dann anschließend hier am Rand runterdrücken. So, dass hier alles nochmal einrasten kann, wie sich das gehört, wie es sein muss. Und wenn das geschafft ist, dann einfach noch hier unten die beiden Pentalob-Schrauben reindrehen. Und fertig ist der Akku-Austausch, Freunde. Und jetzt schauen wir mal, ob das hier wirklich so ein schöner neuer Akku ist, wie uns versprochen wird. Ich gehe mal hier in die Einstellungen rein, unter Batterie. Und wir schauen auf Batteriezustand. Und wenn er fertig überlegt hat, steht da maximale Kapazität 100%. Hervorragend. Also, so soll es funktionieren. Und so hat es auch funktioniert, Freunde. Ich hoffe, euch hat das Ganze hier weitergeholfen. Es war auch mein erster Akku-Austausch beim iPhone 7. Ich habe das 6s, 6, 5s, 5, 4 und bei allen anderen das schon gemacht. Aber das hier war meine Premiere. Sie ist geglückt. Ich hoffe, euch glückt das Ganze genauso. Wie gesagt, alle Ersatzteile verlinke ich euch hier unter dem Video, in der Infobox, in der Videobeschreibung. Und dann wünsche ich euch viel Spaß und vor allem viel Erfolg bei eurem Akku-Austausch. Bis dann, macht's gut, euer Mäppekett. Tschüss. Ja, sehr schön. Tschüss. Tschüss. Tschüss.